so leute da sind wir beim nächsten booster opening und ich habe noch was ganz spezielles rausgesucht und so modern horizons 2 15 kart collector booster ja collector booster damals der richtig richtig heiße shit und ja gucken wir uns noch an was wir haben all foil modern horizons 2 das war beliebt wir haben einen marble gargoyle 3 mana 2 2 fliegen für ein weißes mana kriegt er plus 0 plus 1 genau wegen solchen karten bei modern horizons 2 beliebt tiserys charger 3 mana 3 2 mit escape wir können fünf mana und fünf karten aus dem friedhof kasten und wenn der escape wird kriegt er entweder die plus 1 2 1 marke oder ein fliegen counter die einzige karte mit escape beziehungsweise ja die einzige karte mit escape in diesem ganzen set hauptsache sie haben noch mal escape wiedergebracht sehr cool tango pool bridge kommt getappt im spiel und zerstörbar tappen wir ein grünes oder blaues artefakt land break ties ein weißes zwei farblose wir zerstören artefakt oder verzauberung oder externe karte aus dem friedhof und für ein weißes können wir den reinforce und krim ranger voll schön einmal 1 1 und wir können forestry auf die hand nehmen und eine kreatur enttapen können wir nur eine mal pro runde machen land lasotap chancellor 2 1 1 3 immer wenn man eine karte abwirft kann man einen mana bezahlen wenn man das macht macht man am mast 2 stark ohja das ist dieses altberühmte edge trolling hier drin was nicht so geil war und sehr dunkel und diese länder sind immer noch super hübsch und wir haben ein wat misty rain forest in full art wir können den für ein mana tappen opfern unser deck nach einer insel oder forest durchsuchen und sie in spiel verbringen unser deck mischen krass geil das wollte man faithless salvage zwei mana wir werfen eine karte ab und ziehen dann eine karte mit rebound mischrass factory auch sehr sehr schön tappen für ein farbloses ein mana der wird zum 2 2 assembly worker bis zum ende des zuges immer noch ein land und tappen in assembly worker kriegt bis 1 bis 1 von eines zuges richtig cooles artwork wat dat sieht komisch aus seht ihr dat ne seht ihr nicht das ist richtig komisches foiling mine collapse sieht aus wie er es doppelt drüber gedruckt worden für vier mana und wenn es euer zug ist könnt ihr einen mountain opfern statt die mana koste bezahlen für fünf schaden einer kreatur dann planes wozu okay magmatic sinkhole in das framework voll das ist echt voll das sieht für mich nach rainbow fall aus sechs mana mit der wiffigen fünf schaden auf eine kreatur plan zu krass superschön superschön dann haben wir ja genau hier ist es voll der unterschied ist direkt da ihr seht ihr und diesen stern das ding ist voll on the top of paradise 2 mana 0 2 fliegen tappen für mana blieger farbe sis a weatherick captain ramna 2 2 legendäre kreatur kriegt bis ans 1 für jede farbe unter legendären permanenten die man kontrolliert und wir fünf mal da können bei unserer deck nach einer legendären permanente suchen mit manack kosten leicht der stärke und können sich viel verbringen ja das hätte auch was cooles sein können dann bin ich noch einen ignobel hieroc in rainbow fall 1 mana 01 exalted tappen für ein schwarzes grünes oder rotes und squirrel und bird ich bin trotzdem zufrieden ich hoffe ihr auch und habt einen schönen tag wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin